An die Arbeit! Let's go! Neue Runde, neues Glück! Wasserkraft, Alter! Ich feier die Map so hart! Wären die Waffen noch besser, wäre es viel geiler gewesen! Ich versteh dich, warum? Wie immer? Also ich finde, die Waffen sind eh schlecht, aber... Irgendwie kommen die coolsten Waffen nicht. Diese NZF, Airbrush, solche Waffen wären so krass gewesen. Oh, was? Nicht die Einzelnen drunter schießen, oder was? Ja, ich war doch außerhalb vom Radius. Ich wollte es probieren, ob er überlebt hat. Ne, er hat mich überlebt. Irgendwie! Ich hab noch eins, er hat mich gefossen. Ich hab doch so lange gewartet. Ja, punkten müssen wir auch noch, ne? Na, Kinte geht direkt leer. Reicht? Nein! Ich hätte den holen müssen. 30 Kugeln? Ja, ist doch gut. Da muss ich mich beschweren. Ich hätte viel besser spielen müssen, aber egal. Geil! Der macht zu viel Damage, dieser Waffen. Oh mein Gott, ich wäre fast gestoppt. Ich liebe es, wenn es so hoch ist. Die Wege. Dann können die Spöße nicht weit weg spawnen, und die können direkt hoch gehen. Was ist das denn? Was? Es ist das? Gut, ich schaffst du. Okay, ich hab dich. Du hast es. Wirschnellenen Squad? Ich sehe. Ja, ich hab nichts getroffen, Mann. Perfekt, die Eide geholt, das war sehr wichtig. Perfekt, die Eide geholt, das war sehr wichtig. Richtig gut gepunktet. Fünf Kugeln am Ende reingedrückt. Krass, das war cool. Jetzt geht's wieder ab ins Ufer. Oh, ey, hier ist es, Digga. Nicht hinten. Ich halte sie auf, Alter Kind, sie wird sie schnell. Ich halte sie auf, Alter. Ich halte sie auf, Alter. Boah. Irgendwie ist Kanonia. Ja, wir müssen hier. Ah, ist es. Wir sterben. Boah, sehr wichtig. Ja, ich hab ihm geholfen. Ich hab ihm geholfen. Solo mit, hallo. Was geht? Ja. Ich hab ihn total gestickt. Cool. Alter, das war so ne geile Runde. 89, Google. Echte Bossarbeit. Ja, ich bin der Boss. ich habe 22 280 punkte kampf nein sehr schön verlassen wenn ich war oberboss zur sicht bekommen traurig aber war aber egal wie die belohnungen ein und drei artikel geld sekundärschutz die parkmente die parkmente gibt doch nicht meine besten türen richtig viele tickets passt jetzt können wir noch ein einkauf machen alle drei farben perfekt ausrüstung holen alles damit wir alles einmal besitzen man kriegt dann neue sachen die sehen ja richtig cool aus die goldene dinge können nichts leisten also das war der selben run part an alle die bis hierher dabei waren danke das kommt jetzt auch auf youtube wir sehen uns gleich bei ranked wieder operation goldfish da kommt dafür hinten weißt du kommt von vorne nächstes mal japaner was sich an was erinnert oder was was soll der mist jas hey weißt du was das was ich habe es leider genau wenn die goldfisch kann und so durch raster hat das ist die kreiber keine chance erstens ist und warum krieg ich nicht solche leute die direkt gewinnt weißt du nicht dieses spiel erste direkt erste runde zack niederlagen drei niederlagen du bist raus so ernst jetzt kommt keine angst vom gegner gegner weiß nicht ja eliter ich freue mich jetzt schon sehr auf ihn der doppelt so viel reichweite fast schön gesniped ja mit platz oder was nein insel ich dachte kein ich bin ich bin ein nichts ich bin kein ich bin so Nein Ja getroffen ich habe doch gesehen um in der zielt ja so stirbst du weiter Ich bin doch weg ich war doch weg ich glaube die spielen immer noch event da wo der drei kugeln geschossen hat ich war längst schon weg Kommt da von hinten Boah fast Aber nur vier zu besiegen ist sehr schwer Das ist eigentlich nicht das kommt doch von hinten wieder hey kann doch echt nicht sein ihr holt die runde mir egal was ja ich habe noch getroffen ich treffe ihn nicht er mit eliter trifft das meine ich die snipe so abgeschwächtig ist mit ihm rein das ist nicht mehr normal effekt double kill komm doch hermann ich habe ihn doch ich habe ihn sowas von gesplattet alter mit des blatt kennen ich habe ihn doch getötet schau das war's der snipe hat wieder alles zerstört gegen ende jetzt kommt turm kommando let's go wir sind alle gehypt yeah bei mir ist eine kohle oben was heißt das dass ich der beste bin oder wie mit hey ich hab's doch getroffen ja egal Digger, er schießt wahllos umher Soll ich auch so machen mit der Sniper Wahllos rumschießen Yes War wichtig Wie hat der überlebt Egal, einen gekillt Wir führen, das ist das wichtigste Ich hab den Web, das ist echt hart Hast du mal Ich hab den Web, das ist echt hart Hast du mal Nein Jürich Ja So schlau gelöst Digger Ich bin halt der coolste Mann Turmkommando Platz 1 Zählerfortschritt Splatty 3 3 3 3 3 3 Siege Let's go Wir können keinen neuen Effekt gekommen Waffenstile erhöht Yeah Ich finde die sind zielfern, boah, so cool. Dragoon. Ohne zu sehen wo der Ballon war, hab ich ihn betroffen. Schade. Der Kampf beginnt. Wir haben schon 15 Uhr. Ich hab immer noch Krone aufm Kopf. Wir bitten halt. Oh nein, nicht diese. Obwohl die ist cool. Yo, Leute. Getroffen. Ich hab. Ja, ich kann gegen Hammer nichts tun. Aber ich wollte nicht, dass meine Ulti verschwindet. Deshalb, dein Team führt. Das ist das Wichtigste. Weil verteidigen kann ich am besten mit Sniper. Voll erwischt. Geil. Jawoll. Immerhin einen. Ja, voll erwischt. Jetzt auf den Turm. Schnell. Schnell auf den Turm. Alter, ihr seid so blöd, Alter. Die haben so viel Zeit verschwendet. Geil. Auf den Turm. Auf den Turm. Sollte sein. Ja. Geiler Kill. Geil. Das war's. Wieder Q-Bonus. Hallo und willkommen. Auf meinem Kanal. Jetzt spielen wir ein paar Standardkämpfe. Und das werden drei Parts sein. An einem Tag. Splatoon-Content. Für die Leute. Das selben an. Rangkampf. Und noch Standard schauen. Echt Respekt. Wirklich. Weil so viel Splatoon-Content ist echt krass. Wir können doch parallel nebeneinander nebenher spielen. Oder auch live dabei sein. Können wir zusammen spielen. Und der erste ist Standardkampf. Geht schon los. Und ich kann euch sagen. Standardkampf. Da hat man viel mehr Einfluss darauf. Ob man gewinnt. Oder nicht. Und wir haben drei Airbrushes im Gegenteil. Krass. Die Orangen-Inzip genommen. Damit ich Lust brauchen hab. Ich hab die eingesetzt. Hab grad noch so überlebt. Leute. Und wir sind in Gefahr. Ich weiß nicht warum. Ich glaub alle Egeber haben Bunknebünde. Oder drei zumindest. Ja. Die kann nicht töten. Ich bin Bunk. Weiß nicht. Blöd. Ich kann nicht töten. Verdahl. Er hat vergessen wie man stirbt. ... Da ist er runtergefallen oder was? Voll erwischt, krass! Das wird die Vorpusschen geben. Nice, wir gehen! Haha, nice! Wer ist jetzt in Gefahr, hä? Ich versteh nicht, wie die hierher kommen können. Weil die haben ihre ganze Base eingenommen. Die sind immer noch hier, weißt du. Boom, hab ich ihn schön gekillt. Spaß. Erster Standardkampf gewonnen. Fortsetzen. 1400 Punkte schmeckt. Und ich find, Turf war einfach. Viel chilliger als Ranked. Ranked ist so viel stressiger. Das ist nicht mehr normal. Save. Luftbomber. Kriegen wir noch ne Ulti. Wenn man Wende malt, bekommt man keine Punkte. Auf jeden Fall. Geht's so richtig bald. Und, killen die? Mal schauen, ob die killen. Jo. Das ist wie so Streubomben. Und das Matchmaking dauert wieder ewig. Obwohl wir zwei Leute schon sind. Obwohl wir zwei Leute schon sind. Kampf beginnt. Ich färbe möglichst viel ein. Mal schauen, ob ich viel einfärbe. Ich färbe möglichst viel. Ich färbe möglichst viel. Perfekt. Einfach keinen Stress machen. Luftbomber hat dich gekillt. Ja, guck mal, der wollte sich nicht rächen. Aber er weiß, dass ich nicht dumm bin. Einfach springen. Und Map sieht richtig gut und blau aus. Ja, guck mal. Ja, guck mal. wir sind schon in gefahr Trotzdem, PK reicht nicht. Luna Blaster. Master Blaster. Ja, der schießt rechts von mir vorbei. Bro, Splatoon 2 ist vorbei. Das ist 3. Wenn du 1 mm verschießt, zählt es nicht. Aber bei dir anscheinend zählt. Ich sag doch, Leute, ich spiel gerade Splatoon 4 Beta. Das ist noch nicht fertig, diese Sachen. Spaß. Splatoon 4, das ist 3. Natürlich. Durchdrehtinferno, durch was denn sonst, oder? Durch was denn sonst? Was muss ich denn vor? Ja, wir haben verloren, obwohl das so unverdient, so unverdient. Wir haben doch gewonnen eigentlich. Also, ich zielt es als Sieg. Danke. Die Vorderung hat sich verloren, weil ich die Endsep in der Hand halte. Die Orangele. Oh mein Gott. Platz 1, Ival. Man kennt ihn. Nächste Kampf. Also, wenn wir jetzt alle TÜV-Barm-Matches gewinnen, wäre so geil. Ansonsten schneide ich nur die Runden rein, die ich gewonnen habe. Man kennt ihn. Nächste Kampf. Hat er verlassen? Wie kann er, soll er, weiß nicht. Wir gewinnen auch ohne. Gulo Niro hat mich verletzt. Die Kampf beginnt. Aber der wichtigste, den habe ich nicht aufgezählt, ist natürlich, A Game Preview. Egal, cool. Fertig, let's go. Yo, er snipet wieder. Ja, ja, guck mal, er schießt rechts, auf einmal links. Weißt du, hätte er diesen Fernrohr, würde ich sagen, okay, ich verstehe es. Aber er hat nicht diesen Fernrohr. Zwei Sniper oder einen. Schaui. Schaui. Ja, egal, das ist, wo. Ja, egal, du hast, wo. Warum greift die Heu-Bruh ihm? Ja, es stirbt nicht. Komm, ich war low. Okay, ich darf hier sterben. Aber er auch, bitte. Wenn man Sniper in Standard-Tippen spielt, dann muss man schon auf Save spielen und nicht so offensiv wie wir es machen. Ist halt schädlich für dieses Team. Luftbombel. Hä? Die er vor mir steht, damit ich den Punkt nicht kriege. Hä? Stimmt doch! Ja, Mann. Ja, Mann. Moin. Wooh! ich musste alles umfärben, Digga, alles. Luftbombe gab es auch noch, ja, das heißt, wir haben gewonnen. Boah, wie knapp, aber meine Luftbombe haben den Rest gegeben, ne? Genau, drei Runden in Folge gewonnen, nice. Stufe erhöht, Katalogstufe 35. Normale Stufe 35, nice, fortsetzen. Es geht eine Runde mit Reimung und zum Glück habe ich alle gewonnen. Aber es macht abnormal viel Spaß, wenn man gewinnt, macht das Spiel echt richtig viel Spaß. Luftbombe. Warte, mach mal ein Bild. Ach, Mann. Ich wollte ein Bild machen. Ich gehe in die Offensive. Gehe, gehe, gehe. Aber meine Waffe killt nicht so. Meine Waffe tut das nicht. Ah, stimmt. Ich weiß warum. Ich hab die Beta-Inse. Ja, ich hab die Beta-Inse. Oh, dein. Ernst? Ja, Safety. Ja, Bro, ich check's nicht. Echt. Ja, die Luftbomber wären echt krass. Ja, die Runde ist echt verloren. Natürlich pflichtet der, weißt du. Oh, goh. Oh, goh. Komm schon! ich bin drei weißt du gegen drei leute ich habe 1200 punkte oder so diese team ich weiß nicht was die machen wirklich so dumm dieses spiel wenn die so wie ich spielen würden wird ein ganze web umgeführt ganze mit aber eine niederlage darf auch mal sein ja spiel hat gesehen war der 34 runden hintereinander gewonnen wir müssen den die schlechtesten teammates reindrücken nicht schlechtes ich guck jetzt meine stats an ja natürlich platz 1 überall waffen style richtig jetzt könnte eine andere woche nehmen ich weiß nicht wie ich das sehen kann ja bei denen wo ich vier sterne ab da steht vier sterne drauf ja aber bei den anderen steht es nicht drauf habe ich würde sagen nehmen papa platz platz kann auch gut werden gut gut hier rarier hier 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 top hier Let's go, schieß einfach irgendwo her. Ja, hör doch auf, oh, hier ist die Hälfte. Nice, come on, jetzt hab ich fast gekillt. Ja, Freunde, ich war ein Treffer. Durch Sankt und Minigun, Minigun. Digga, wirklich, der kann nicht sterben. Ja, der stirbt nicht kurz. Ach, Treffer, er überlebt. Was ist das? It's called Plutcher. Okay, den hab ich jetzt richtig skillig erledigt. Plutcher, die Waffe heißt Plutcher. Und, aha, drei Kills hintereinander. Oder vier, ich weiß es nicht. Ich mach grün, ich will schwimmen, auf einmal ist es wieder weg. Digga, jetzt sind die aber in Gefahr. Sind die, da sind die. Au, guck mal, meine, meine, scheiß. Meine Siptox Nebelbomben bringt nichts. Wenn die Gegner es einsetzt, bringt es was. Dann bringt es was. Du wärst, wenn du stirbst. Agent, genau Agent. Jaaaa. Komm, färbt alles um. Ich vertraue euch. Aber meinen Gegner nicht. Alter. Ich lande drei Gegner, sind hinter mir, vor mir. Ja, die haben gewonnen. Jaaaa, 44%. Jaaaa, was soll ich machen, außer springen? Überlebt halt mal. Einige Sekunde länger, überlebt. Ich kann nicht jedes Mal den Gegner-Team destroyen. Nicht jede Minute, nicht jede Sekunde. Fünf Kills, überall wieder Platz eins. Ja, das ist mein Name. Ich muss mich umbenennen. Ich muss schreiben, ich bin Place One. Place? Place heißt Ort, oder? Keine Ahnung. Fortsetzen. Ich weiß nicht, welcher Waffenstyle der hat. Ich weiß mal, ob... Ich weiß mal, wo der steht, ne? Krass, dass fünf Leute jetzt bleiben wollen. Normale hätten die meisten verlassen. Ja, auch Nahkampf ist die Waffe gut. Du musst halt alles treffen. Wie vorhin. Ich hab alles getroffen. Der Gegner auch. Und der Gegner hat's einfacher mit Nsep Nahkampf, als ich mit Platscher. Weil Platscher ist schon ne Waffe, die hat ultra viel Range. Und ich guck mal. Damit färbsch die Welt. Damit färbsch die Welt von einem Spot aus. Aber trotzdem. Cool, cool, cool. Guck, diese Bomben balance. Kann ich alle kaputt schießen. He, ich schluck doch endlich. Weißt, das meine ich. Das ist Unfil in diesem Spiel. 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 He, wie er überlebt, weißt du. Hey, zwei Schüsse oder drei hab ich getroffen. Ich sag nur, was ich seh. Kann man unten landen? Wuh Keep this thing get up Enemy is in danger! Danger! Fluff! Boom! Triferno! DF Luis! Du musst übernehmen! Ja, Safety! Er geht zurück, attackiert ihn nicht! Oh mein Gott! Er sieht, da springt jemand! Alter, echt jetzt? Ja! Ja, sterben kann man auch mal, alter! Ja, was macht ihr zwei hinten? Ja, guck, das meine ich! Ich verstehe es nicht! Bro, ihr müsst die Areale färben! Oh mein Gott, alter! Dass es 41 zu 51 ausgeht! Darts! Das hat mich gewundert! Für mich sieht es aus wie 30 zu 60! Alter, echt! Wenn die mal alle... Wenn die zwei gefärbt hätten, wir hätten die Runde gewonnen! Wirklich! 10% kannst du direkt vernichten! Mit Ultis! Ja, cool! Wir nehmen jetzt eine ganz neue Waffe! Ich will versuchen, es zu spielen! Und es wird vermutlich auch die letzte Runde! Kontrablaster! Die eklappigste Waffe der Welt! Guck! Zwei Schüsse! Raucht der was? Ja, aber insgesamt vier! Wenn du einen triffst und zwei nicht! Na, dann drei! Wenn du zwei triffst, dann zwei! Wir kamen! Scheiß auf färben! Wir gehen direkt vor! Gegen Ende müssen wir färben! Ja, das ist der toll von mir 5-3-2-3-3-2-4-4-5-4-4-4-4-5-4-4-4-4-4-4-5-4-5-3-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5! Nr! Bei dem anderen aber auch. Ich habe gesehen. Ein Hit, zwei nah. Aber er stirbt nicht. Geil. Ja, weißt du? Ja, von hinten. Ihr überlebt alles. Ich verstehe nicht, wie. Survival Mode aktiv oder was. Der hinten verursacht massiven Damage. Alter. jetzt attackieren ja ich hatte euch stirbt doch endlich andere brauchen ein schuss bei mir mit der waffe gewonnen die letzte runde gewonnen geil ich habe mich mal geguckt auf die map kontra blaster okay also sehr hat wieder die waffe sonst gefallen aber ist nicht schlecht auf jeden fall ja vier kills fünfmal gestorben neue effekt gibt es nicht die enden das war es heute die kund co gehen wir noch schnell und dann beende ich auch den stream der stream in drei stunden lang und sie sind was er ist wichtig hast du ja an kampf gespielt selben und perfekt auch den schönen bildschirm wo ich tschüss sagen kann perfekt tschüss an alle leute wie ihr seht wackelt mein controller ja ich muss dringend aufs klo tschüss danke an alle drei waren wir sehen uns heute abend im superman im superman vehicle stream tschüss